Hallo, ich bin der Murat Celciuk, ich bin 23 Jahre alt und ich spiele im rechten, linken und offensiven Mittelfeld. Hallo, Faro Kogic mein Name, ich bin 26 Jahre alt und spiele auf der Außenvitalterposition. Hallo, ich bin der Kerim Mijal, ich bin 21 Jahre alt und spiele im zentralen Mittelfeld. Hallo, mein Name ist Justin Netzmann, ich bin 21 Jahre alt und spiele auf dem zentralen Mittelfeld. Hallo, Abdullah Dragoschi mein Name, 23 Jahre jung und ich spiele im offensiven Mittelfeld. Hallo, Benjamin Kinnig mein Name und sportlich leiter Türpijano. Ich bin froh, dass ich heute für Türpiju fünf gute Spieler, die wir auch schon seit Längerem haben wollen, gewinnen kann. Urgell zurück in den Die Apokalypse mee Bis zum nächsten Mal.